so weiter geht's meine freude neue runde neues glück wieder mit kermit marine und dextro 95 23 67 wo ich bin vor lauter universität vor dem stress hier im spiel habe ich mir fast meine finger weggeknabbert der kollege auch da ist da dicke fette wieder da ich jetzt soviel epischen schaden mache überhaupt kein problem auch was ist denn das da muss man bestimmt aufpassen dass wir hier nicht unter die räder kommen kommen die monstern hier stehen kommen wir hatten geschossen guckte das war die machen die einfach kaputt die kisten auch rüstung so ich habe in der rüstung von den marien und helden das ist ein alter händler kann ich habe eine rüstung für 378 rüstung ich habe jetzt hier eine gefunden mit 401 da kann ich ja kaputt machen also kann ich hab mal ich also plasmap da nichts ich hab jetzt drei sachen vom plasmad kaputt gemacht so ist der händler ich will es mal langsam mal der händler haben also mit händlern haben wir aber tüchtig gespart oder mit 16 die händler sind bestimmt die roboter die wollen vielleicht nur handelt und deswegen kommen die näher richtig ich habe heute diese händler hier bitte steht auch auf stehe auf und handeln mit uns grüner mann also ich vermute doch mal dass man doch bestimmt irgendwie vielleicht mit dem händler aufrufen kann oder so das kann doch nicht sein dass so lange kein händler auftaucht ich will auch checkpointen so wo es manchmal auch was ist denn eigentlich los ich will erst mal guck guck mal kommt dass wir hier ganz viele kisten meine freunde kommt erst mal hier ganz viele sachen hier und so alles für mich nicht auch schon wer so ein dicker koloss super roboter so hier das ist noch mehr das noch mehr ganz viele kisten aber dann auch entweder monster drin hinter oder super items wir sollten nicht so viele kisten auf einmal kaputt machen ich wollte gerade mich heilen nicht so viele kisten auf einmal kaputt machen was macht ihr denn guck das doch mal ich glaube die vorgeheizweise war nicht so schlau nein deswegen verstehe ich das nicht warum habt ihr das denn gemacht sind jetzt alle tot oder hat jemand noch ein medic pack für mich ich habe keins mehr du kriegst keins von mir du hast alle kisten kaputt gemacht dann bin ich gestorben da ist eins danke werdet ihr mich auch mal wieder beleben oder wie ich habe ich mal reinkommen ja wie gesagt ist eure schulden erst mal hier alles hier ja ja ihr müsst ja noch mehr kisten kaputt machen genau das ist so bescheuert lauf doch da raus das kriege oder ähnlich kaputt ach du hast es nicht ich komme ich habe kein leben mehr ist jetzt scheiße ich lebe mich wieder dann haben wir hier ab ich war da gibt es bestimmt noch mehr weil dahinter ist nämlich noch eine tür hier ist bestimmt noch voll tolle sachen ich bin euch tot stimmt hier volle fette bonus map und da ist geschnocht der Hitler doch noch einer ich werde echt verrückt ähm ähm können wir du musst mir mal ganz kurz ein paar medic packs geben ich kann weiß gar nicht wie ich das machen kann ich kann ich glaube ich nur alle geben oder 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 keins ja wenn du jetzt mal ein oder ein ganzes paket dann schnüffel ich mal ganz kurz zwei okay bitte schön reflex auch ich liebe da vorhin hat meine freie reingehauen so jetzt macht ihr gleich schön fleißig die kisten einzeln kaputt und die kiste wenn die feste und dicker wolle ich habe mich mit rurkern mitgebrutzelt den armen kürmels ich kann sich auf dich draufklicken kann warum muss man immer so weit schießen wollen wir müssen fernkämpfer ja und der kann nicht gut zielen und ich bin wieder tot wie immer ich wollte gerade noch ein heilungs äh ding nehmen stirb! stirb du! jetzt haben wir wieder zwei so dicke wir kleine müssen diese verdammte kleine scheiße oh ich bin aufgestiegen ja warte mal kurz eine sekunde mal ausharren und melletpacks nüffeln upgraden ne naja ihr habt ja sowieso alles geklaut hier ja so viel war hier gar nicht zu klauen ich wollte aber auch keine zeit gehabt zum klauen ich musste hier hier können wir auch nicht so schwer die kleinen diese kleinen extra wir gehen haben in der masse sind das ist nicht so nah du machst doch ordentlich schaden mit einer mit einem flammenwerfer also ich kann da drauf knüppeln wie so ein geistes kann geht doch aua 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 ach nee wenn ich mich nicht auf aufsammeln wenn ihr wenn ihr zu wenigstens habt ich habe mich keine ich muss mal gucken ob ich überhaupt noch welche habe ich habe ich bin tot scheiße nicht sterben ne ich hab's aber auch keine mehr weil mit Kuh passiert nämlich nichts ja Madipack der schnüffeln ach das noch was ja hier sind noch genug Kisten hier kann man doch so viel kaputt machen aber Madipack könnt ihr auch noch gebrauchen wieder ja da hinten ist eins gefällt mir boah heftig das ist echt mal heftig jo wir haben uns gestern noch gefragt warum so viele wofür wir so viele Madipacks über haben jetzt wissen wir es warum wir bringen richtig gut ep die dicken können wir tüchtig leveln hier auch was das war ein ey cool will mitmischen man kein mädchen und misst so haben wir ja gut aufgeholt oh ja hier geht weiter ähm also da geht es weiter aber hier gibt es hier gibt es spielzeug spielzeug zum beispiel aber wird schon ein rüstungsteil für marie stufe 3 ich habe jetzt ein paar upgrades wieder hier also wenn ihr upgrades braucht sagt aber bescheid ich habe einfach zu viel davon ja dann gibt es was kann ich gleich abreden brauchen was ein upgrade was brauchst du denn also ich habe es jetzt nur laufgeschwindigkeit hast du noch was besseres für was für was für eine waffe hätte ich lauf geschwindigkeit wieder laufgeschwindigkeit ich hätte für 5 euro der waffenschadens plus 8 ich hätte ja ich habe ja noch ein upgrade für plasma und ich habe hier für pyro plus 1 energie zehrung ok da gibt es spezifisch auf die charakter ja auch so habe ich noch gar nicht gesehen ja da da sich nichts sondern so ein waffen upgrade nur für den plasma hast du denn noch was für rüstung ich habe für rüstung habe ich noch laufgeschwindigkeit leben plus zur rüstung dann habe ich noch maximale energie plus 15 und das war es aber das und wir mal die dies plus 15 energie ok da liegt aber ich bin noch nicht fertig wo hast du das update für den büro hingeschmissen speichert schon mal wieder jemanden hoffe das hat er sich genommen ich habe ich hingeschmissen habe ich habe also ich doch genommen hast doch genommen also ich habe meinen plasma waffen upgrade habe ich sonst habe ich nichts mehr das pyro ding habe ich mir aufgenommen hier er hat er nicht genommen der pyro kann ja nicht gebrauchen das was für pyro ist das verplastet ne ich habe einmal plasma waffen upgrade habe ich bekommen ja ja genau das war das was auch eben hier aufgenommen genau genau weil du gesagt das pyro ja genau hier sind echt welche wo du gesagt hast pyro deswegen hat mich das gewundert ne plasma pyro plan ok pykla so kommt ihr ich werde ich in die luft sprengen meine freunde ich mag keine pflanzen ich mag keine pflanzen und stühle oh hier sind kisten bum bum kisten wird erhöht alle da können wir gehen achso plus 30 schaden ja gut ja klar mir ist gleich aus ich hätte gerne gerne mal ein händler das sind doch die händler hier das sind die laufenden sterbenden händler ober okay hm hm lauf doch mal weg mensch lauf ich kann ja nicht mehr hinlaufen oh ein marinehelm habe ich aufgesammelt ich glaube für meinen charakter gibt es keinen helm deswegen steht bei mir auch kein helm verfügbar doch es gibt einen helm für dich aber so nicht mit dem hellen du bist du so eine so eine ich habe dein marinehelm hingelegt du kriegst da so eine xena krone oder sowas so ja genau du hast den helm gelegt du hast den helm und da sie hat dort taugt wo sind die händler da sind sie wieder die händler ja da sind sie wieder die schwarzhändler da ach das ist ja praktisch wenn man rüstungsgegenstand verkauft dann kriegt man den die dies das ding die as upgrade wieder zurück wo ist eine heavy gunner hier wenn man den braucht verdammt nochmal lauf mein jungen lauf der dj das im kreis ja ich mache so wenig schaden das ist schrecklich na schlafen wir es dann noch dj ja irgendwann in drei jahren die händler und wenn du es muss man selber machen dann checkt mehr so kollegen hier könnte doch nicht über alle die händler wer schießt die granaten immer genau dann da rein verstehe ich habe ja verstehst du denn da auch ich bin doch nahkämpfer man was soll ich denn von weitem schießen hier komm ich schieße jetzt mal von hier oh was machst du denn da hier liegt ein helm ein blauer helm Leute das war ein blauer helm Marine ich geb dir den nicht boah den mach ich kaputt hier ein blauer helm das gibts doch gar nicht da liegt er und auch ein blauer helm da ist Dreck kann dir blaues Auge hauen ja toll Stufe 8 ja und ich hab die Stufe 7 die ganze Zeit seit stufe seit stufe 5 da habe ich mit der stufe 7 waffe rum im inventar sag mir mal lieber wo ein händler ist der du mit deinem händler ja hier ist wenn ich bin übrigens der spinnt doch der spinnt hier ist eine plasma waffe oh cool also will der titel bestimmt nicht haben ne find ich find ich auch das ich würde es kaputt machen doch doch gerne er lässt ja mal alles liegen will ich haben will ich haben will ich haben will ich haben ich haben wo ich seh nix ich hab mir was irgendwo hingelegt ich seh nix scheiße habt ihr mir schon irgendwo was hingelegt hey na Dex du den schaffst ja wohl alleine da ne klar ich hab alles alleine habt ihr irgendwo was hingelegt ja aber für den net war das glaube ich hab mir was hingelegt aber der GJ der geht immer drauf ich kann jetzt heilen lässt sich immer verarzt werden ja heil mich mal bitte heil mich mal 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 ja ich kann nur so eine heilwelle machen also müsst ihr bei mir stehen ah ja komm ich komm dir mehr wie seine zielkünste ist er bestimmt vor daneben jetzt alles doch ja ich bin gleich oh ich bin gleich hier voll ich brauche kein medicpack mehr ich schrei einfach nur TJ toll wohl äh scheiße aber TJ ist ja meistens tot das ist ja gar nicht gut hier eine Tür wo wollt ihr hin ja irgendwo war eine Tür genau ich dachte die hätte mir irgendwas irgendwo hingelegt ich hab auch ich dachte jetzt etwas für mich ich hab grad nur wo hast du in die Plastner war das für ihn hingelegt ne der der Kämmer hat die hat eben ihr wollt ihr ihr wollt ihr alles nur mal verwerten jetzt seitdem ihr das wisst der Kämmer hat eben eine Waffe gefunden haben bitte ich aha ich hab die nicht gesehen ich hab keine doch ich hab die tatsächlich Entschuldigung hier hier liegt Sepp ah ne Waffe ok ooooh ooooh ach das ist der lebt der gar nicht ich schieß die gar nicht auf den Typen ja ich dachte auch ich dachte auch der wäre noch ja mit sowas laube ich herum schießt auch schießt auch leblose Typen wir sind wieder im Kreis gelaufen hier das ist komisch nicht mal läuft im Kreis hier ne ne wir sind jetzt nicht im Kreis gelaufen wir sind jetzt kapiert zurückgelaufen ja wir sind auch im Kreis gelaufen und hier müssen wir jetzt rein oder? mach doch die Tür auf so wir haben jetzt die Aufnahme ich meine ich stoppe jetzt die Aufnahme ich denke mal wir haben schon wieder lange genug aufgenommen und äh vielen Dank fürs Zuschauen ja bis dann bye bye ich geh jetzt erstmal wieder nach unten ja ciao ciao hier unten war noch was wir sind jetzt